Willkommen bei Ehrensperger Optik in Regensdorf an der Watterstraße 41. In unserem sorgfältig zusammengestellten Sortiment finden Sie immer die neuesten Brillenmodelle. Wir arbeiten mit den drei besten Glaslieferanten zusammen und können so genau nach Ihren Bedürfnissen die optimalen Gläser auswählen. Unser Sortiment an Kinderbrillen ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse unserer kleinsten Kunden zugeschnitten. Sie sind besonders robust und mit Kunststoffgläsern und federnden Bügeln ausgestattet. Wir bieten Ihnen auch eine große Auswahl an Sonnenbrillen. Mit oder ohne Korrektur finden Sie bei uns bestimmt das richtige Modell. Auch bei Kontaktlinsen, Anpassungen und Beratungen sind Sie bei uns richtig. Im Bereich der Sehanalyse bieten wir Ihnen eine gründliche Anamnese Ihrer Augen. Durch eine objektive und eine subjektive Messung können wir Ihre Brille bedürfnisgerecht anfertigen.